Die Königinbauer AG betreibt in Radebeul ein Werk für Bogen-Offset-Druckmaschinen. Mit Stand heute 1.600 Beschäftigten. Das ehemalige Planeta-Werk in Radebeul kann dabei auf eine fast 120-jährige Geschichte zurückblicken. Heute ist KBA Technologieführer und speziell im großtraumatigen Verpackungsdruck Weltmarktführer. Um diese hochautomatisierten Anlagen auch in Zukunft mit geeigneten Fachkräften herstellen zu können, betreiben wir in Radebeul eine eigene Berufsausbildung. Schwerpunkt Ausbildungsberufe sind dabei der Zersparnungsmechaniker, der Industriemechaniker und der Mechatroniker. Für diese Ausbildungsberufe suchen wir die fitten Oberschüler mit ausgeprägtem technischem Interesse. Hallo, ich bin Ludger. Ich arbeite als Zersparnungsmechaniker bei KBA. Ich fertige Maschinenbauteile, die überall in der ganzen Welt eingesetzt werden. Es ist wunderbar zu sehen, wie meine Bauteile in Maschinen laufen. Ich arbeite insbesondere an CNC-gesteuerten Maschinen. CNC-programmieren macht sehr viel Spaß. Es ist viel Rechenarbeit. Es stellt mich immer wieder vor Herausforderungen. Und gerade bei KBA habe ich eine ziemlich sichere Übernahmechance für mein späteres Arbeitsleben. Wenn du mehr über meinen Ausbildungsberuf erfahren möchtest, komm zum IHK Aktionstag Bildung. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.